weiter geht's wir sind hier am häusle bauen wie immer und die häuser sind da also wir müssen jetzt hier noch gucken wir sind dabei das mit dem granit gerade zu befüllen genau granit ist das nächste nicht so und da bitte dankeschön wunderbar das ganze zwei hoch so perfekt und das ganze auch noch hierüber gezogen so ganz schnell mal hier rüber und das hier und direkt hier einmal das dächlein oben drüber ohne das war nicht gut egal können wir so machen können einfach wieder fünfmal vorbeispringen so wunderbar und das hier noch und zu guter letzt die hier die wollen wir ja nicht vergessen die letzten male sagt boom doch fertig ich würde sagen bevor wir jetzt irgendwie in weiteres tiefer gehendes reingehen nehmen wir einmal matt wir nehmen matt wo ist er matt hin so den mut mut nehmen wir und legen den die hier drauf weil das passt farblich schon sehr gut hin wir machen die tür auch hier also spricht dahin genau da machen wir die tür hin hier kommen wieder ein fenster sehr schön zack bumm passt sehr gut sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön so wie viele häuser ging heute durch je nachdem wie viel zwei wir uns wiederholen müssen dann wahrscheinlich nicht so fürchtbar viel so und das letzte noch dann kann der matt nämlich auch wieder zurück da rein was ist das hier für ding maddie mönchruf roots ja wir haben jetzt halt schon matt da so braun irgendwas dunkel ist da terracotta belegt terracotta ist schon braun dann ist das nämlich schon ein arges dunklereres haus jetzt die frage kommen wir warte mal wir brauchen tatsächlich davon auch noch den rest die ganzen hier da hoch kommen wir da hoch wenn wir hier hingehen ja definitiv kommen wir da hoch das heißt wir können definitiv hier einen ring setzen wunderbar zack 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 kann mir eigentlich music and sounds blocks bisschen lauter machen ich glaub die sind bisschen lauter ist auch perfekt so jetzt haben wir die treppen erstmal das heißt wenn wir die treppen hier setzen müssen wir erstmal das so machen wir das so und das so und das nein 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 so genau so und und die sondern sondern die und die und eventuell mal die da direkt nach hier draußen super dann können wir gerade direkt weiter gehen und können dann hier hingehen können den hinsetzen wunderschön sehr gut und hier dasselbe nochmal da einmal von denen und dann können wir hier gerade nochmal ne nicht nicht die hier wir waren schon die brickdinger hier genau und dann wieder die stufen und die halbe stufe also die palle steht hier zack zack und die den schon mal so hinsetzen und dann hier das ganze gespiegelt quasi gespiegelt ist ja nicht ganz gespiegelt das kommt auf jeden fall so theoretisch praktisch gesehen so hingesetzt zack bumm passt fertig das passt 1a klasse das ist gut zack 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 und zack da sind die stufen auch alle leer das passt ja wie die fast das auge hier können wir gerade das braune hinsetzen zack zack wunderschön so und die zwei auch noch perfekt dann einmal hier rüber super wunderschön naja den wollen wir mitnehmen den brauchen wir nicht dazu verschwenden so den auch nicht den auch nicht super wunderbar und die äußeren nochmal hier hinsetzen und dann müssen wir jetzt gleich sowieso nochmal hier aufs dach das ist aber nicht so schlimm ach ne gleich zwei mal hier versetzt äh verbaut zack so und dann gerade hier die hier zack 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 wunderbar da haben wir keine mehr von da das heißt wir müssten ins deck treppen machen wir müssen ins deck von der anderen sagen wir können auch gerade mal hier drei fackeln reinsetzen zack 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 das auf jeden fall schon mal etwas da beleuchtet ist weil das ist ein bisschen doof wenn hier nachher irgendwas spawnen tun tut wo das geld ist schon ekelhaft stone cutter und zwar polisht und dann brauchen wir nochmal äh polisht und den davon brauchen wir aber nur nen stack wunderschön wunderschön wir gehen noch kurz schlafen hier das ist gut perfekt eine gute nacht wünsche ich dir da können wir auch gerade wenn wir schon mal die fackeln hier in der hotbar haben kurz hier diese auch noch ausleuchten perfekt dann können wir die nämlich wieder oben rausschmeißen dann geht es einmal hier rüber wir können zwischendurch mal was essen zack 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 und dann hier einmal rüber das haben wir wieder knapp so die hier hin nein doch nicht so wunderbar hätten wir das doch auch schon durch wir haben 13 das kann eigentlich nicht sein oder welche blöcke hatten wir wir haben hier wird schon stimmen aber wir haben ja hinten noch hier der mir sowieso als mixed kiste das heißt wir können terracotta einfach hier rausnehmen und terracotta da reinschmeißen das ist gut so dann nehmen wir als nächstes konkret und zwar white concrete als nächstes ist der white concrete dran fall dort da runter genau 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 das habe ich mir auch gedacht fall einfach runter springen ne habe ich ja schon schon zu spät dafür ne das ist schon zu spät dafür deshalb müssen wir jetzt hier schon mal geschwind da weitere machen so wo waren wir denn die türen ich würde sagen wir machen sie hier hin genau da hin zack und hier noch ein fenster das können wir auch gerade von außen bauen dann haben wir das nämlich geschafft zack 48 das passt kommt wieder hier rein genau da hin so was nehmen wir als dachblock und so als dachblock haben wir was für möglichkeiten also klar wir können dioriten ne dioriten machen wir nicht was haben wir denn da an blöcken noch so da wir könnten mal wieder so was klassisches wie stone bricks nehmen die können wir sogar einfach herstellen machen wir auch machen wir auch classic stone bricks finde ich gut das finde ich gut die nehmen wir 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 so dann brauchen wir als allernächstes die treppen stufen hier wieder so und dann können wir hier direkt wieder nein nein nicht so rum ne 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 denk dir was anderes aus mach aber sowas nicht mit mir nochmal das finde ich nicht gut wunderbar ähm da wir hier noch den grad direkt dran setzen damit das nicht in vergessenheit gerät weiß der alzheimer lässt grüßen ne und dann ist das auch schon quasi fast fertig dann bauen wir das grundgeriss hier jetzt noch durch komm wollen schon richtig setzen so und so dann nehmen wir euch mal kurz mit hier ist ja auch noch irgendwas runter gefallen da genau blackstone ist wertvoll das können wir nämlich nicht herstellen also nicht unendlich glaube ich doch warte mal können wir nicht blackstone ne blackstone kann man glaube ich nicht herstellen sonst hätte ich das glaube ich gemacht bevor ich das im nähter hier geformt hätte also zumindest noch nicht irgendwann kommt ja mein databank und dann wird das ganze spiel ein bisschen modifiziert zack zack perfekt aber wie gesagt dafür haben wir noch ungefähr äh 75 folgen 74 folgen dann muss das datapack fertig sein zumindest müssen wir diese erste version davon haben oder machen wir das machen wir nehmen weiß ich noch nicht also cool wäre es halt schon aber dann wäre es halt auch nicht mehr vanilla und das wäre ein bisschen schade den rest machen wir in der nächsten folge weiterer wenn sie fallen lassen eine positive bewältigung da oder auch ein abo und bis zur nächsten folge tschau Leute